Willkommen zu diesem neuen Video, ähm, ich würde mal sagen, wir landen mal wieder hier beim Bahnhof, ähm, und schauen mal einfach, ähm, ja, wie viele Kills wir bekommen, ähm, ich habe vorhin, glaube ich, acht oder neun Kills bekommen, jetzt ist mein Ziel zehn Kills, ich hoffe, das bekommen wir diesmal hin, ähm, genau, ich versuche einfach so viele wie möglich an, äh, Kills zu bekommen, ähm, so, ich habe da gerne mal so Tipps in die Kommentare, wie ich meine Spielfähigkeiten verbessern kann, darüber würde ich mich immer sehr freuen, ich gehe jetzt hier auch direkt mal unten in diesen Keller rein, da sind immer relativ gute Waffen, ähm, was haben wir hier, okay, naja, nächstes Mal eine Failbitze, aber, ist jetzt für den Anfang in Ordnung, gehen wir hier mal hoch, was haben wir hier, ähm, dann nehmen wir, glaube ich, das hier, das brauchen wir eigentlich nicht, ich glaube, so ist besser, so eine Truhe, was ist das denn hier, ah, was, wir wollen wir auch nicht, bleibt man, glaube ich, bei dem hier, wenn wir es noch, wenn wir jetzt noch eine Schrotflinte, äh, Schrotflinte finden, wäre perfekt, haben wir leider noch nicht, bis auf, äh, gut, die, aber die ist nicht so gut hin, mag ich nicht so richtig, werden wir aber hoffentlich gleich finden, so, okay, okay, mir Ticket können wir auch gebrauchen, das habe ich jetzt weggetan, okay, das, ja, das brauche ich auch jetzt nicht unbedingt, wir gehen mal hier, ähm, in die Richtung vom, ähm, was ist denn hier vorne? Ah ja, perfekt, ah, nee, doch nicht, ich wollte so eine, ähm, so ein rundes Visier haben, hier ist ja auch niemand, ich glaube, wir behalten die beiden hier, die sind eigentlich relativ gut, die beiden, äh, Waffen, einmal Sturmgewehren, einmal Maschinenpistole, jetzt bräuchte ich dringend noch eine Pump, aber, die will ich schon irgendwann finden, hoffentlich, kann man auch dreck benutzen, so, so, oh, hä, nee, nee, Kollege, so schnell kommst du mir da nicht davon, ich glaube, wir tauschen sogar das hier gegen das aus, aber man bekommt eigentlich relativ oft neue, ähm, von den Flaminis, also von den Biggis, deswegen wäre es, glaube ich, schlau, das zu machen, wie wir das hier irgendwie tauschen können, so, jetzt ist es besser, okay, jetzt haben wir das einmal getauscht, ähm, ich brauche, glaube ich, jetzt auch mal ein Auto, habe ich leider gar nicht, ist nicht so gut, nicht so nice, ähm, ich gehe mal in die Richtung, zur Tankstelle, Tankstelle schon halb abgerissen, Oh, das ist, ist das nicht so eine goldene, mach schiefste, die ist viel besser als die hier, oder, ja klar, sehr goldene, ich mache hier auf jeden Fall die mit, was haben wir hier, nix, okay, das brauchen wir nicht, Leute, wie, wie stark ist dieses Wasser, äh, wasserding, ist ja Wahnsinn, wusste ich gar nicht, das ist so, äh, so hilfreich ist, dieses Wasser, äh, ja, naja, kann man ja vielleicht irgendwann mal auch benuhlen, und benutzen, mhm, mhm, ja, hoffentlich schaffen wir in der nächsten Runde ein bisschen weiter, aber, ich denke mal schon, okay, welchen Matchauftrag nehmen wir, nehmen wir, eliminieren einen, einen gegnerischen Spieler, okay, das ist ja schon mal, nicht so schwierig, erhoffe ich natürlich, ich mag irgendwie hier diese Salvetta-Maschinen, bis zu da gar nicht mehr an, ich nutze sie deswegen noch nie, okay, ich glaube, wir landen auch mal wieder hier im Bahnhof, das ist eigentlich mein Lieblingsort zum Landen, deswegen machen wir das einfach mal wieder, weil ich halt immer diese Waffen, äh, Kammer, habe, und deswegen, das ist eigentlich ein guter Ort, für mich zum Landen, so, ich hoffe, dass wir es jetzt hinbekommen, vielleicht in die Top 10 zu kommen, oder so, die Waffen sind ja wieder nichts, überhaupt nicht gut, vielleicht auch nicht mal einen neuen Ort zum Landen aussuchen, okay, wenigstens die ist gut, ich glaube, ich habe jetzt das hier, da kann man wechseln, wenn jemand weiter weg ist, also nah, das ist eine Kiste, da muss man gar nicht mehr dahin gehen, da muss man gar nicht mehr dahin gehen, wo ist der denn hin, Boah Leute, das ist mir so knapp, nein, da ist noch einer, mich verstecken, hier sieht er mich jetzt nicht, weg, komm, nein, schnell weg, 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 Boah, das war wieder so knapp, Leute, nein, ich habe gerade den Schildtrank getrunken, und dann hat er mich angegriffen, Boah, Boah Leute, das war so knapp, das war so knapp, ich habe überhaupt nicht getrunken, ich brauchte den gar nicht so unbedingt, wäre ich lieber weggegangen, naja, kann man nicht ändern, schon zu spät, schon zu spät, schon zu spät, so, welchen Matchauftrag nehmen wir jetzt, eliminiere ein Gegnerinnen-Spiel, dann immer wieder, immer wieder, immer wieder, Was ist das? Okay, jetzt geht es gleich wieder los. Ich glaube wir landen mal hier. Wo sind laufenden... Ich geh mal dahin, wo die anderen alle hingehen. Okay, die gehen hier hin. Da unten liegt direkt und da ist eine Waffe. Das ist jetzt keine schlechte Idee. Hier ist eine Truhe, okay. Medikit. Ersten Kill haben wir. Okay, Nummer 2. Oh, wie schlecht sind die heute, die Gegner. Oh Leute. Oh Leute. Ich würde sagen, ich benutze das Video. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.